Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Bei uns ist es sehr trist und grau draußen, also hu, es lädt nicht gerade zum Rausgehen ein. Heute habe ich natürlich ein Video für euch und es soll um meinen Lesemonat für den Monat Februar gehen. Bevor wir loslegen, wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, mein Lesemonat Februar, wie war er? Er war richtig gut, aber er hat ja meine Erwartungen nicht so erfüllt, was die Menge angeht. Also man hat schon gemerkt, der Monat ist kürzer und wenn man dann noch am Wochenende Familienfeiern und andere wichtige Dinge hat, da bleibt doch dann nicht ganz so viel Zeit zum Lesen. Ich habe nichtsdestotrotz vier Bücher geschafft, die möchte ich euch natürlich jetzt vorstellen und ich hoffe, ja, dass da vielleicht doch für euch etwas dabei ist. Ich habe mir ein paar Stichpunkte dazu gelegt, weil das ein oder andere Buch ist natürlich schon eine Zeit her, wo ich es gelesen habe, aber manchmal hat man es ja mit den ganzen Namen und so soll es jetzt losgehen. Als erstes habe ich ein englisches Buch gelesen. Ich liebe diese Reihe, die ist von Laura Childs. Laura Childs ist Amerikanerin und hat mehrere tolle Serien und unter anderem eine, die die T-Shop Mystery Serie genannt wird. Ich weiß nicht, ich glaube, das erste Buch ist 2001 oder so rausgekommen. Leider sind nur die ersten, ich glaube drei, die ersten drei Bücher übersetzt worden. Ansonsten ist die ganze Serie in Englisch und die ersten vier Bücher sind in so einem kleinen niedlichen Taschenbuch rausgekommen und danach gab es Hardcover und diese Hardcover, die sind allerliebst. Die sind wunderschön gestaltet und gezeichnet. Aber ich hatte Lust, mal wieder ein englisches Buch zu lesen und da es Urzeiten her ist, dass ich, ja, diese Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, ich mach das mal. Das erste Buch heißt Death by Darjeeling, ist rausgekommen und wie gesagt, in Deutsch hieß es Tod beim Tee. Ähm, ich weiß nicht, warum die Serie nicht weiter auf Deutsch damals aufgelegt wurde. Vielleicht gab es einfach nicht genügend Leute, die die Bücher gekauft haben. Aber worum geht es? Es geht um Theo Docia Browning. Die war ein richtiger, äh, Workaholic, arbeitete in der Werbebranche und sie hatte ein hektisches Leben und wollte irgendwann ihren lang gehegten Wunsch oder Traum, äh, erfüllen, nämlich einen Teeladen zu eröffnen. Sie lebt in Charleston in South Carolina. Das ist auch ihre Heimatstadt und, äh, als sie den Teeladen eröffnet, sind alle hellauf begeistert und sie nennt ihren Laden, äh, Indigo. Ja, es ist nun mal so, dass eines Tages, äh, einer ihrer Gäste plötzlich tot umkippt, nachdem er einen Tee getrunken hat, nämlich einen Darjeeling und, äh, die Polizei stellt heraus oder stellt fest, dass er durch eine tödliche Dosis Gift ermordet worden ist. Ähm, sie hat in ihrem Laden zwei Angestellte, nämlich Hayley und Bethany und sie hat noch einen Hund, der Earl Grey heißt und sie arbeitet ganz eng zusammen mit einem Tee-Spezialisten, nämlich mit Drayton. Dieser Tote ist ein ganz bekannter und umstrittener Bauunternehmer, nämlich Huge Barron und der Verdacht fällt ganz schnell auf ihre neue Angestellte Bethany, die wird für die Polizei zur Hauptverdächtigen und, ähm, ihr ganzer Ruf gerät in Gefahr und so wie es aussieht, soll der Laden auch geschlossen werden, äh, von der Polizei und und Theo Dosia, äh, fängt an zu recherchieren und stößt auf einige, auf einige Ungereimtheiten, aber nachdem die Polizei auch gesagt hat, ähm, dass ein Beweisstück ein, ähm, Filter, ein Tee-Filter ist, mit Fingerabdrücken, ähm, muss sie ganz schnell sich in diese Ermittlungen einklinken. Sie ist eine, ja, eine Abenteuerdetektivin und forscht nach, sie kennt viele Leute und auch die Nebencharaktere, äh, ja, sind, sind wundervoll. In den Büchern ist es so, dass, ähm, hinten auch, äh, Rezepte sind und, äh, hier steht hinten zum Beispiel A Recipe from Indigio Tea Shop, Theodosias Tea, Marbled Eggs, also es werden immer, auch in den fortlaufenden Büchern kommen immer mehr, ähm, ähm, ja, Rezepte, und das finde ich einfach toll. Es liest sich sehr gut, ähm, anfänglich, ähm, ja, habe ich schon etwas gebraucht, um reinzukommen, jetzt, das hängt mir aber auch mit der, äh, englischen Schreibweise zusammen, ähm, weil es kommt aus dem Amerikanischen und es ist schon das eine oder andere Wort, was man nicht so haargenau übersetzen kann, ähm, aber aus dem Zusammenhang, äh, versteht man eigentlich ganz genau, was gemeint ist. Es geht da eben um ausführliche, äh, Beschreibungen oder so, aber wenn man erst einmal drin ist, nachher liest es sich richtig gut und die Charaktere, äh, wachsen einen am Zerz. Ich liebe diese Reihe und, äh, ich hatte jetzt nur, äh, bei den letzten zwei Büchern nicht sofort reagiert und, ähm, ja, sie mir bestellt und, ähm, ja, sie mir bestellt und da ist es dann schwierig, im Nachhinein noch, ja, diese Hardcover zu bekommen. Also, ich glaube, diese Taschenbücher kriegt man immer noch alle recht gut, aber wie gesagt, diese schönen Hardcover eben, ja, nicht. Ähm, ich kann euch diese Serie wärmstens am Herz, ans Herz legen, denn wer Tee mag, wer Krimis mag, für den ist das auf jeden Fall was und es ist schön geschrieben. Wie gesagt, die ersten drei Bücher könnt ihr noch auf Deutsch bekommen. Wenn ihr sie nicht mehr im Buchladen bekommt, ihr könnt sie auf jeden Fall noch irgendwo gebraucht kaufen. Ja, es ist eine lockerfluckige Geschichte, ähm, es geht um Krimi und, ja, es ist nichts Spektakuläres. Also, wer jetzt irgendwie Action und wer weiß, was erwartet, das sind halt diese schönen amerikanischen Cozy Krimis. Ja, hat mir mega gut gefallen und, äh, kann ich euch nur empfehlen. So, als nächstes habe ich dann endlich, ähm, das Buch von Bess O'Leary gelesen, Time to Love. Es ist in aller Munde, ganz, ganz viele Leute haben es schon gelesen, sind begeistert und, ähm, ich hab gedacht, boah, du musst es auch endlich lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt von meiner Rache des Sub und von meinen 12 Books habe. Auf jeden Fall von irgendeiner Liste, ähm, ist dieses Buch. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht viel erzählen. Die meisten Leute kennen das Buch, aber, äh, es hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ich fand's grandios, die, aber wir wollen mal gucken, worum geht es eigentlich. Also, es geht um Lena, die in London lebt, die, äh, sozusagen Workaholic ist. Eines Tages vermasselt sie eine Präsentation, wahrscheinlich, weil sie einfach zu viel arbeitet und sie wird kurzerhand für zwei Monate suspendiert und soll endlich Urlaub machen. Nebenbei erfahren wir, dass sie ihre, ja, ihre tote Schwester sehr vermisst und sie weiß im Grunde genommen mit sich in London einfach gar nichts mehr anzufangen. Da kommt ihr die Idee, ich glaube, ich fahre nach Yorkshire, ich brauche Ruhe, ich besuche meine Großmutter Aileen in ihrem Häuschen und vielleicht kann ich da ein paar Tage bleiben, um einfach runterzukommen. Das macht sie auch, sie fährt durch hin und erfährt im gleichen Atemzuge, dass, äh, ja, ihre Großmutter Aileen auch nicht so ganz glücklich ist. Sie ist Ende 70 und sie ist der Meinung, sie ist noch rüstig und das Leben hat einfach mehr zu bieten und sie möchte sich auf jeden Fall noch einmal, ja, verlieben. Aber in dem Dorf, wo sie lebt, ist die Anzahl der Kandidaten nicht besonders groß und irgendwann kommt den beiden so eine Idee, nämlich die Häuser beziehungsweise die Wohnorte zu wechseln. Das heißt, Lina bleibt in Yorkshire, hütet das Haus und genießt die Ruhe und Aileen geht nach London und stürzt sich ins Datingvergnügen. Sie zieht in die WG ein und geht dann eben online auf Partnersuche. Ja, und beide Frauen merken eben halt, wie so das Leben des anderen ist oder wie es überhaupt, äh, ja, an den Standorten ist. Lena merkt natürlich ganz schnell, dass das Leben auf dem Dorf doch anders ist, als sie sich vorgestellt hat. Es sollte ja beschaulich sein, aber es gibt auch eine Menge Verpflichtungen, nämlich für Festvereine. Dann, ähm, gibt es geschwätzige Nachbarn. Es gibt einen störrischen Labrador. Es gibt aber auch einen attraktiven Mann, nämlich Jackson. Und, äh, ja, da stellt sich natürlich die Frage für beide, ähm, was ist, wenn irgendwann mal diese Zeit zu Ende geht und, ähm, wie geht's dann weiter? Auch Aileen, äh, ist hellauf begeistert von London und es ist alles sehr aufregend. Dieser Roman glänzt aber auch noch durch tolle Nebencharaktere in den einzelnen Orten, nämlich einmal in London und einmal in Yorkshire. Es ist sehr humorvoll geschrieben, dieses Buch. Also man kann so manches Mal richtig lachen. Es ist emotional, ähm, ja, es ist auch lustig, aber es geht auch um ganz andere Themen. Es geht um eben um Trauerbewältigung. Es geht um, wenn man alt ist, um Einsamkeit. Es geht sogar auch darum, wie es ist, wenn man sich nochmal mit über 70 verliebt. Äh, weil viele meinen ja immer, ab einem gewissen Alter, äh, hat man mit sowas nichts mehr am Hut. Aber, äh, wo die Menschheit immer, ja, immer älter wird, ist es doch gar nicht so abwegig. Warum soll man nicht im hohen Alter sich nochmal verlieben können? Ja, ein rundherum tolles, gelungenes Buch. Ähm, es, ja, so ein bisschen Liebe ist auch mit drin, aber es ist nicht das Main-Thema dieses, äh, Buches. Mir hat es grandios gefallen. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben. Vorhin bei dem Krimi habe ich 4 Sterne vergeben. Es ist halt ein Cosi-Krimi. Ähm, es ist jetzt kein absolutes Highlight wie hier, was mir mega gut gefallen hat. Und, ähm, ja, es hat mich, ähm, total glücklich gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich habe das erste Buch noch, was sie geschrieben hat, ähm, auf dem Sub. Aber viele haben halt auch schon gesagt, dass dieses Buch halt noch einen Tacken besser ist als das andere. Ja, mega Buch. So, und dann habe ich ein Buch gelesen, was auch schon, ähm, länger auf meinem Sub ist. Die liebe Beate vom Kanal Lört Lounge hat das Buch auch empfohlen. Daraufhin bin ich ja damals aufmerksam geworden und habe es mir besorgt. Und dieses Buch ist von Katrin Bursäck und heißt Unter dem Schnee. Ja, hier haben wir eine Geschichte, die uns, ja, nach 1978, äh, führt. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, es führt uns, ja, an die Ostsee auf, ähm, auf ein Schloss oder gut Schwanenholz. Dort hat Luise von Schwan 50 Jahre lang ein hartes Regiment geführt. Sie hat dort eine Baumschule und, ähm, selber hatte sie einen, also sie war verheiratet, hatte einen Sohn, der allerdings gestorben ist und, äh, lebte dort mit, ja, ihren, oder sagen wir mal so, sie lebte nicht dort mit ihren Neffen, aber die Neffen haben für sie dort gearbeitet. Ja, es ist nun so, dass die alte Lady gestorben ist und alle Familienangehörigen kommen nun auf das Schloss, um eh ihre Trauerfeier einmal zu zelebrieren und, ähm, eben auch, um zu sehen, wie es denn da so mit dem Erbe aussieht. Und, äh, zur gleichen Zeit, äh, es ist Winter, kommt ein, ja, ein ganz großer, heftiger Schneesturm auf, der es verhindert, dass die Trauerfeier durchgeführt werden kann. Und kurz bevor alles eingeschneit ist, taucht noch ein Gast aus, aus Frankreich, nämlich eine junge Frau, die Emy heißt. Wir treffen jetzt nun, oder wir, ja, wir erleben lauter Personen, die jetzt auf diesem Schloss sich zurzeit aufhalten und die nicht weg können aufgrund des Schneesturms, weil man wird zugeschneit, man wird eingeschneit und alle Charaktere, die dort sind, müssen a, miteinander auskommen, müssen b, klarkommen, weil irgendwann wird ja auch alles knapp. Wenn man so fünf Tage, äh, ununterbrochen nicht raus kann, weil es so hohe Schneewehen gibt, dass man eben nicht raus kann, kann so ein, auch ein großes Schloss oder Gut schnell zu einer Enge werden. Und es ist so, dass auch Geheimnisse ans Licht kommen, die alle sozusagen unter dem Schnee bedeckt waren. Wir haben einmal eine Haushälterin, Isa Wollin. Wir haben, äh, Clementine, das ist die Schwester von der Toten. Und sie hat zwei Söhne, nämlich Karl und Johann. Und Johann hat noch seine Tochter mitgebracht, Carolin. Und, ähm, Karl hat seine Frau, äh, mit dabei. Das ist die Annette. So, und Carolin hatte noch einen Freund mitgebracht, Niklas. Dann haben wir noch, bevor alle eingeschneit sind, auch noch den Pastor, der eine wichtige Rolle spielt. Und alle treffen nun aufeinander und es stellt sich raus, ähm, ja, dass diese Amy angeblich auch noch eine Tochter von Luise sein soll. Und da kommen natürlich bei allem schnell heftige Gefühle rauf, weil niemand kannte sie, niemand wusste von ihr. Und, äh, selbst Clementine, die Schwester, äh, von Luise von Schwan, ahnt etwas, war sich aber wohl auch nie sicher. Denn auch sie, ähm, kämpft mit alten Dämonen. Sie ist damals mit ihren Söhnen aus Ostpreußen geflüchtet und, ähm, ja, vor den Russen. Und ist froh, dass sie halt sozusagen erstmal bei ihrer Schwester Unterschlupf hatte. Denn sie hatte selber ein Gut in Ostpreußen, aber das wurde ihnen weggenommen. Und auf ihrer Flucht haben sie auch viel Schlimmes erlebt, was sie geprägt hat, was aber auch ihre Söhne geprägt hat. Und nun kommt alles teilweise ans Licht, auch noch andere Geheimnisse. Und ich muss sagen, das Buch hat mir richtig gut gefallen. Weil, ähm, es zeigt mal wieder auf, welche Abgründe Menschen haben, wenn sie in so einer Notsituation sind. Und, ähm, ja, es kommen schnell, Hass kommt ans Tageslicht. Es kommt aber auch sowas wie Eifersucht, ähm, ja, oder Futterneid selbst auf. Und ich muss sagen, mir hat auch die Haushälterin unheimlich gut gefallen, Isa Wollin. Denn die spielt in dieser Geschichte auch eine wichtige Rolle. Erkannte sie Luise total gut. Sie kennt ihre Geheimnisse. Und sie versucht zwischen allen zu vermitteln, weil sie halt die meisten auch sehr mag und liebt. Und das ist nicht immer einfach für sie, besonders wenn ihr Fragen gestellt werden. Ein rundum gutes Buch. Spannend, ähm, wenn auch sehr ruhig. Dadurch, dass es ja an einem und demselben Ort so ziemlich spielt. Aber wir erfahren natürlich auch Sachen aus der Vergangenheit, aus dem Zweiten Weltkrieg. Da geht es ja auch darum, dass viele große Güter Zwangsarbeiter hatten. Und, äh, irgendwann kommt auch diese Frage auf, ob das auch auf, äh, ja, auf Schloss Schwanholz so war. Und ich kann euch das Buch nur empfehlen. Es ist eine tolle Familiengeschichte mit, ja, Krimieeinzügen würde ich nicht sagen. Also, es ist einfach eine Familiengeschichte, die sehr spannend erzählt ist und die viele Charaktere beschreibt. Was man noch wissen muss, jedes Kapitel handelt immer wieder von einer anderen Person. Das heißt also, wir springen immer zwischen den Personen hin und her und erfahren wieder deren Sicht, was sie gerade denken, wie sie sich gerade fühlen und auch was sie teilweise erlebt haben. Manch einer kommt da vielleicht nicht so gut mit klar, dass es halt immer wieder hin und her geht. Aber mich hat es nicht gestört. Ganz im Gegenteil, ich fand es ganz interessant, wieder so, ja, einen Einblick zu bekommen in diese einzelnen Personen. Ja, hat mir mega gefallen. Ich würde sagen, ja, so vier, vier bis viereinhalb Sterne. Ja, so. Und dann, als letztes habe ich natürlich Band drei von Anne Stern gelesen, Fräulein Gold, der Himmel über der Stadt. Auch dieser Band hat mich wieder total gepackt. Wir sind wieder in Berlin. Wir sind bei, sind 1924 jetzt in dieser Geschichte. Es ist so, dass die Hebamme Hulda Gold inzwischen einen Posten in der Frauenklinik hat, in Berlin Mitte. Und, ja, sie hat dort ganz andere Aufgaben. Klar, sie muss sich auch um die Schwangeren kümmern und auch nachher um die Neugeborenen. Aber den eigentlichen Geburtsvorgang, damit hat sie nichts mehr zu tun. Das machen nämlich alles Männer. Die Geburtshilfe ist modern. Und eines Tages kommt es zu einem, ja, tragischen Todesfall. Eine junge Schwangere stirbt bei der Operation. Und ausgerechnet der ehrgeizige Chefgynäkologe Egon Breitenstein, ja, verhaspelt sich so ein bisschen in Widersprüche. Und Hulda, ja, die ein Gespür und Antennen für solche Dinge hat, spürt irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Sie merkt auch, dass unter den Männern so kleine Machtrangeleien sind, weil es geht um einen guten Posten, der besetzt werden soll. Und, naja, wie das dann so ist, so kleine Machtkämpfe. Auch in ihrem Privatleben, ja, ändert sich so ein bisschen was. Aber man weiß ja, wie es ist, wenn sich irgendwo eine Tür schließt, geht woanders wieder eine neue Tür auf. Und sie muss natürlich auch erkennen, dass es, ja, einerseits Vorteile hat, wenn man einen festen Job in einer Klinik hat, sein geregeltes Geld bekommt, aber auf der anderen Seite nicht mehr das machen darf, was sie vorher so geliebt hat. Nämlich den Frauen helfen und auch bei den Geburten viel aktiver mit dabei zu sein. Aber sie merkt auch, dass durch diese moderne Medizin manchen Frauen noch geholfen werden kann, die woanders oder sagen wir mal in ihrer Wohnung womöglich gestorben sind. Ja, ein unglaublich tolles Buch wieder. Ich bin begeistert und ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ich habe ja schon in meinen Neuzugängen erwähnt, dass ich Band 4 von der lieben Elfriede, eine Abonnentin, bekommen habe. Und so, dass ich bald weiterlesen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es im März schaffe. Ich denke nicht. Aber spätestens im Mai geht es dann weiter mit Band 4. Ja, es zeigt auch nochmal wieder auf, wie auch heute noch, was die Frauen für einen Stand hatten, wie es im Berufsleben aussah 1924, dass eben wichtige Posten nur durch die Männer durchgeführt wurden, dass man auch immer gesagt hat, ach, du bist eine Frau, kümmere dich um das, was dir zusteht oder was du machen kannst, aber lass die wichtigen Sachen doch durch die Männer durchführen. Ja, kann ich euch empfehlen, die Reihe Fräulein Gold, wer Berlin mag, wer Geschichten mag, die in den 1920er, 30er Jahren spielt, für den ist das garantiert was. Und wir haben hier einen sympathischen Charakter, diese Hulda Gold. Sie hat Ecken und Kanten und sie ist sehr selbstbewusst und lässt sich auch von der Männerwelt nicht immer nur etwas sagen. Ja, das war mein Lesemonat. Ein richtig guter Monat. Wie gesagt, nicht so viele Bücher wie bei manchen anderen, aber ich glaube, darauf kommt es auch gar nicht an. Mir hat es Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Ich fand sie gut und ich habe wieder mal keinen Flop und auch kein durchschnittliches Buch dabei, sondern richtig rundherum gute Bücher. Das war's, Leute. Schreibt mir doch mal, wie euer Lesemonat so war. Seid ihr zufrieden? Habt ihr gute Bücher gehabt? Und ja, wenn euch irgendwo ein Buch davon gefällt, schaut es euch näher an. Vielleicht ist ja doch was für euch dabei. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns vielleicht bald wiedersehen und deswegen sage ich Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.